hallo zusammen wolf fuß und frank wuschmann begrüßen sie zum heutigen pokal duell und das dürfte spannend werden wir freuen uns drauf heute erwartet uns das spiel dynamo dresden gegen hertha bsc er könnte hier heute der überragende akteur werden und er war ja im letzten spiel gleich doppelt erfolgreich wenn wir uns mal kurz erinnern und da sehen wir mit welchem personal die heimannschaft heute ins spiel geht also die richtung dürfte bei der formation heute klar sein ja ganz klar nach vorne soll es gehen und zwar aus dem mittelfeld und so werden es die hatana heute angehen und dann gucken wir uns noch kurz die gegenseite an buschi auch hier sehen wir eine sehr offensive ausrichtung auch wenn da 451 steht und jetzt geht's los wenn er telly hammerleinen sie haben den ball einwurf jetzt konnte wenn er telly koni super was er zieht ab da geht er hin und kann den schuss abfangen plattenhardt rickig weg ist der ball jetzt kann er flanken flanke jetzt da kann der abwehrspiel erklären gut gemacht fängt diesen ball ab sie machen druck auf ihn und so geht der ball raus peckerig lustenberger ja schwacher ball hier guter pass da ist ihre eingabe das hätte gefährlich werden können jetzt haben sie den ball verloren ebert gutes technik du da jetzt vielleicht die chance für den konter da waren sie einfach zu langsam war eigentlich eine gute konterschance aber jetzt ist die aber wieder zur stelle da ist die flanke flanke bleibt gut geklärt das war wichtig auf außen ist platz gut aufgepasst vom torhüter den ball hat er und wenn sie nicht mehr für die flanke flanke kommt ganz weit er passt auf und dürfte ich in den schuss Da zieht er ab. Wichtig, den Ball hat er sicher. Schellbrett. Plattenart. Kalou. Sie kommen über den Flügel. Korné. Da kommt der Pass. Es gibt hier einen Wurf. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Lustenberger. Lustenberger. Duda. Tolles Zuspiel. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Keeper geht gut zum Ball. Forst ihn weg. Da kommt die Tafel. Zwei Minuten Nachschlag. Gut gemacht. Der hat den Ball erobert. Keine Tore zur Pause für beide Teams. Vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Wer bleibt im Turnier? Wer fliegt raus? Zur Pause finde ich zumindest. Kann man das noch nicht sagen. Es steht unentschieden. Ja, so richtig viel gewagt haben wir beide nicht. Zweite Halbzeit läuft. Und jetzt dürfen sie sich gerne noch ein bisschen steigern. Ja, und das sollte ja durch uns möglich sein. Viel ist ihnen in der ersten Hälfte nämlich nicht gelungen. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel. Wenn ein Mann von dieser Klasse so schwach spielt, dann hast du es als Mannschaft schwer. Sehen wir ja auch am aktuellen Ergebnis. Bisher nur Remy. Die Gäste werden wechseln. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Die Möglichkeit zu flanken. Ball kommt rein. Lustenberger. Schöne Aktion. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Jetzt ist Platz für den Konter. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Kone. Das macht er gut. Das ist noch gefährlich. Es gibt hier die Ecke. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Bei der Hertha gibt es jetzt einen Wechsel. Na, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. So, Ecke kommt. So, erstmal geklärt nach dieser Eingabe. Und jetzt ein Schuss. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Weiter geht es mit einem Einwurf. Hammerleinen. Benatelli. Ebert. Schöne Bewegung. Er versucht's. Mit dem Ball hat er gar keinen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Kalou. Davy Selke. Ja, das sah sehr gefährlicher aus, aber der Ball ist erst mal weg. Tekarik. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Er schießt. Schilbrett. Darida. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Tja, das war keine gute Flanke. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Das war nicht gut vor dem Abwehrspieler. Jetzt schießt er. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene. Und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Bei Dynamo Dresden wird es einen Wechsel geben. Buschi. Ja, es soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Sechs Minuten sind noch zu gehen. Plattenhardt. Schilbrett. Davy Selke. Das sah durchaus sehr vielversprechend aus, aber dann hatte doch... Toller Pass. Und die Situation ist wieder bereinigt. Darida. Was packt der Unparteiische drauf? Zwei Minuten. Das war wichtig. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Er ist noch heiß. Gut, ja. Noch gibt es keinen Sieger. Wir kriegen noch einen Nachschlag. Die Teams gehen in die Verlängerung. Jetzt gibt es hier die Zugabe. Die Verlängerung hat begonnen. Das zieht er ab. Oh mein Haar. Hätten sie die Nase vorn gehabt. Aber Chance vergeben. Super dazwischen gegangen. Kalou. Gibt es jetzt die Gelegenheit. Haben wir natürlich schon besser gesehen. Keine Frage. Schauen wir uns noch mal eine Aktion von ihm an. Toller Spannschuss aus guter Position. Leider knapp vorbei. Jetzt haben sie den Ball verloren. Flanke jetzt. Nein. Doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Tja. Konterchance vertan. Die Abwehr ist wieder zur Stelle. Diese Gelegenheit haben sie hier ein wenig vertrödelt. Gut geklärt. Das war wichtig. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Schöne Aktion. Klasse gespielt. Da geht die Fahne hoch. Und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Vielversprechender Angriff. Aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Und jetzt geht es hier gleich in die zweite Hälfte der Verlängerung. Weiter geht's. Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Da ist Platz. Benateli. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Klasse Pass. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erst mal weg. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Ebert. Und hier wird es ein Wurf geben. Reckick. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Die letzten fünf Minuten der Verlängerung sind angebrochen. Er kann ihn reinbringen. Den Ball hat er gut geklärt. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. Drei Minuten noch. Dann ist auch die Verlängerung rum. Davy Selke. Kalou. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie das Spiel. Da lege ich mich fest. Da verwehrt er ihn im letzten Moment doch noch mit einem Beherz... Guter Pass. Klasse gemacht. Lukas Röser. Da haben sie noch mal die Chance durch diese Ecke. Ecke kommt's. Da können sie erst mal klären. Wir haben ja nach wie vor keinen Sieger. Das Elfmeterschießen muss also die Entscheidung bringen. Kann losgehen mit dem Elfmeterschießen. Das ist mal ein Elfmeterschütze. So musst du einen Elfmeter schießen. Er verzögert beim Anlauf. Aber egal. Ganz egal. Kein Tor. Und gehalten. Was für ein Reflex. Macht er hier richtig gut. Von der Latte ins Tor. Aber mit ganz viel Glück, Wolf. Und er ist nicht drin. Boah, da reagiert er super und kann den Ball abwehren. Kein Tor. Den wollte er lupfen. Aber der Keeper ist da. Zulässig. Wenn du den Elfer so ansetzt, dann musst du ihn auch machen. Nein! Kein Tor. Boah, war das knapp. Der Ball geht an den Pfosten, aber dann ins Haus. Er zeigt keine Nerven. Der Ball ist drin. Da hat er alles richtig gemacht. Das muss ein ganz schöner Druck sein. Trifft er nicht, bedeutet das die Niederlage. Er hat ihn gehalten. Eine Riesenaktion. Eine Riesenleistung. Und das war's. Das ist der Sieg. Sie sind in der nächsten Runde. Und jetzt ist er natürlich der Held. Sie wissen, bei wem sie sich zu bedanken haben. Super gehalten, der Elfmeter. Wow. Was für eine sensationelle Reaktion. Elfer pariert. Am Ende hat der Elfmeter dieses Spiel wohl entschieden. Oder, Buschi? Kann man so sagen. Chance war natürlich riesengroß. Sie haben sie genutzt und dann nichts mehr anbrennen lassen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020